Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 9. August 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 868 und heute beginnt für viele Schüler und Schülerinnen hier, zumindest in der Schweiz, wieder die Schule. Ich gehe heute mit den folgenden Themen. Twitter, Europa, Threema und WordPress sind kleine und wenige Themen. Aber ja, wir starten ja erst in die Woche. Microsoft ist anscheinend schon deutlich länger dran an TikTok. Zum einen haben sie das Ganze schon in Indien versucht, als damals Indien das Ganze eingestellt hat, respektive verboten hat, wollte Microsoft schon mit ByteDance in Verhandlungen treten oder weshalb es ist und wollte das Ganze für Indien anbandeln, jetzt anscheinend, aber eben nicht nur für die Staaten, für Neuseeland, Nordamerika, Australien und was da noch alles mit dabei war, sondern anscheinend hat Microsoft auch Europa im Blick. Das heisst, somit möchte quasi Microsoft das komplette, was ByteDance ausserhalb China vertritt, bald schon mit übernehmen. Gut, Südamerika, Afrika habe ich jetzt vergessen, aber wer weiss, vielleicht sind sie dann auch am Verhandeln. Das könnte ja sein. Es wird auf jeden Fall spannend. Bis zum 15. des nächsten Monats sollten wir dazu mehr wissen. Aber jetzt komme ich zum ersten Thema, was ich eigentlich wollte, was ich mit Twitter angesprochen habe. Nicht nur Microsoft ist an TikTok interessiert, sondern seit kurzem ist jetzt auch Twitter in Verhandlungen mit TikTok getreten. Auch die möchten anscheinend ein bisschen mehr abhaben im Bereich Social Media. Wäre natürlich spannend für Twitter, nachdem sie Wein versägt haben und der Rest nicht ganz so lief, wie es hätte sein sollen. Schon spannend. Hier ist natürlich die Portokasse ein bisschen kleiner. Da dürfen wir gespannt sein, was es schlussendlich wird und wo TikTok schlussendlich hingehen wird. Weiter geht es jetzt mit, wo war ich? Threema. Genau, der Schweizer verschlüsselte Messenger ist unterwegs. Und zwar ab dieser Woche soll es starten mit Videoanrufen, und zwar End-to-End verschlüsselte Videoanrufen. So wie man es eigentlich möchte. Verschlüsselte Kommunikation und was das Ganze beinhaltet, wie das Ganze funktioniert. Am besten lest ihr bei uns in den Shownotes rein. Da haben wir einen Link oder auf daily.geektalk.ca oder im Podcatcher eures Vertrauens. Da haben wir einen Beitrag verlinkt, der das Ganze ein bisschen genauer erklärt. Zu guter Letzt habe ich noch WordPress als Thema. Nicht direkt WordPress in diesem Sinne dieses Mal, aber es betrifft WordPress-Nutzer. Vor kurzem erst gab es eine grössere Sicherheitslücke, die ca. 80.000 Seiten befallen hat durch ein Plugin. Jetzt ist eine Kombination von einem Plugin und WordPress-Theme, das aber auch kombiniert auftauchen kann, was aktuell ca. 700.000 Webseiten betrifft, weil man eben auf das besagte Plugin oder das dazugehörigte Theme setzt. Jetzt, welches das ist, es hört auf den Namen und jetzt ist es mir weggerutscht. Auch das lest ihr am besten nach. Genau, jetzt ist der Text ganz weg. Das ist nett. Ja, ist zumindest ein Theme, was ich nicht verwende und von dem ich bis jetzt auch noch nicht gesehen habe. Ich habe ein bisschen durchgeblättert und gesehen. Ich habe selten eine Webseite gesehen, die dieses Theme nutzt. Mag aber nichts heissen, weil, wie gesagt, 700.000 Webseiten ist nicht wenig. Der Divi Builder ist davon betroffen, das ist das Plugin, was dahinter steckt. Und der Name des Themes ist jetzt wirklich einfach weg. Wo ist der hin? Ja, ihr könnt es nachlesen, wenn euch da komisch vorkommt. Generell geht wieder mal, wenn ihr eine WordPress-Instanz habt, rein. Macht ein Backup eures Blogs oder eurer Webseite und vor allem updatet die ganzen Plugins und die Themes. Aber eben, vor ein Backup anwerfen, auf jeden Fall. Das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute am Montag für euch bereit hatte. Wenn ihr mögt, ich werde euch gerne durch die Woche begleiten. In diesem Sinne, bis bald. Euer Poughkepsy. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.